Typ? Achso, das ist ne Falle. Na gut. Achso, das sind alle Fallen. Gut, dann hol ich mir die Blumen lieber nicht, weil so viele Blume gibt es dann auch wieder nicht. Einmal durch, bitte. Ups, schnell rüber. Na komm, du bist auch dumm. Erst den Punkten nach. Nee. Ja, komm. Ja, ist selber schuld, wenn du den Weg schließt. Okay, wir gehen doch über oben lang. Ach, Menno, da ist ein Secret. Ja, und hier sind überall Schätze. Und hier ist ein Tod. Kann man nichts machen. Und hier sind so Todesgruben. Ich frage mich, wieso die die gemacht haben, weil sonderlich viel Sinn mache ich da nicht. Ja. Noch mal Kugel gehabt. Naja, immerhin habe ich den blauen Stein da angekommen. Gut, komm. Einmal die aufs Maul-Roll-Kugel. Nee, das ist ja eine Falle. Naja. Ja. Ja, schon, ja. Ja. Okay, der will nen Knochen und der Jack muss hier jetzt leider gerade abenden, bzw. wir zerhauen erstmal alles. Sieht erotisch aus, auf jeden Fall nicht. Ja, da wurde ich getrotzt, äh, äh, Schild an der Tür gestört. Gut, man kann ja nicht alles haben. Ähm, ja, gut. Gut. Dann zerhauen wir aber erst nochmal alles. Ja gut, da kommen wir auch noch später hin. Ja. Jetzt haben wir das Ganze. Puh, komm. Okay, jetzt brauche ich den Hund, aber für den Hund brauche ich eine Schaufel. Okay, jetzt hab ich den Knochen gefunden. Hm. So. Und jetzt bist du mein. Ja, am liebsten möchte ich den jetzt auch gleich spielen. Ja. Danke. Ja, ne. Ja. Okay. Ich spiel jetzt während dem im komischen Kopfschmuck. Achso, das soll jetzt da hinten hin. Aber ich leg das nochmal ab. Ja. Denn ich muss ja richtigeres erledigen. Schau. Ähm. Nee. Dummer Hund. Ähm. Ja, du sollst es zusammenbauen. Das ging doch immer mit K. Spezial K. Mit U gehts ganz sicher nicht. Handlung. H. Gut, aber. So. Achso. Der ist noch nicht fertig. Sieht so aus. Sieht so aus. Sieht so aus. Achso. Ja. Danke für den wohl gemeinten Tipp, Herr Rund. Ich kann nämlich doch mehr drauf, als ich dachte. Und wieso klettert der hier auf die Palme? Das bringt mich auf die Palme. Nee. Nein. Ja. Und dieses... Achso. Hier gibt es wieder einen Schatz. Hund. H. Es gibt was für dich zu tun. Es gibt was für dich zu tun. Jetzt nehmen wir wieder den Will, weil der hat nicht so einen komischen... Keine Ahnung was auf dem Kopf. Hohl ne Brücke! Ja komm, spring raus. Danke. W- Hahahaha. Ihr könnt mich nicht treffen. Achso. Es war der Jack, der da fest병. Oh, ist das schwer? Nee, echt. Ist ja nur Lego, ich meine. Schwere wohl. Nee, du sollst auf die Brücke springen, du Idiot. Was ist denn der für ein Idiot? Also, wir lernen, auf einer Brücke zu laufen. Und es geht am besten, wenn keine Idioten hier stehen, ist der zu rum, auf die Brücke zu gehen. Also, wir probieren das jetzt mal ohne. Geh doch. Hm. Wow, gut gemacht. So, und jetzt baut er nämlich auf. Punkte! Noch mehr Punkte, weißen Pflanzen! Gut, jetzt brauchen wir aber den alten Mr. Gips, denn der muss uns hier was zusammenhauen. Noch mehr Punkte. Jetzt nehme ich aber wieder den Returner. Muss man da jetzt auch irgendwas machen? Boah, mein Hals, der ist gerade... Achso, ja. Ich kann mir vorstellen, dass der selbst nicht so schlau war. Naja, gut. Ähm, nächster Versuch, würde ich mal behaupten. Ja, hoch, ja, danke. Ja, hoch, ja, danke. Ich sehe doch die Vianen. Und jetzt? Hallo! Kacke, ich komme da nicht hoch. Der haut sich die ganze Zeit mit seinen eigenen Pfeilen. Ich schaue das mal an. Und versuche zu werfen. Und? Ja, gut, jetzt... Ja, gut, also der ist etwas geklopft. Nein, meine ganzen schönen Punkte gehen weg. Aber ich kann die auch nicht mal eins sammeln. So ein Scheiß. Au. Oh, jetzt haut er auch noch meinen Hund. Jetzt haue ich deine Palme. Haha. Auf hier und jetzt. Hm. Hm. Ich frage mich gerade echt, was ich machen soll. Ich muss doch wahrscheinlich wieder hoch. Boah, da liegen keine Punkte. Da ist wieder der Idiot. Ich verstehe es nicht ganz. Boah, jetzt lockt mich halt nicht, ihr Idioten. Das ist dann echt dumm, das glaubt man gar nicht. Vielleicht muss ich hier noch mal hoch. Ich hätte gerne ein bisschen Lumen, gerne. Na gut, dann halt nicht. Komm hoch. Ne, da drüben geht es ja auch nicht weiter. Boah, fick you. Ne, da komme ich nicht hoch. Achso, vielleicht muss ich da tauchen. Achso, ne, ich muss das einfach kaputt machen. Wups, wups, wups. Wirklich. Oh, wups, wups. O, wups. Oh, wups. Oh, wups. Oh, wups. Oh. Oh. Oh, wups? Oh, okay. Level abgeschlossenen Peligosto. Jack Sparrow Häuptling habe ich frei und sonst nichts. Och nein, ganz knapp dran vorbei. Was habe ich gefunden? Ich kniffte den Knochen und das war's. Euren Stein habe ich gleich einen bekommen. Und jo. Dann würde ich sagen, das war's mal wieder für diese Aufnahme. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.